Wer bin ich? Ich bin Georg Georgi. Manchmal habe ich seit 20 Jahren Kappen gemacht. Ich bin in den Kappen. Wir versuchen hier eine gute Qualität von Kappen und Kappen zu machen. Und um unsere Kunden zufrieden. Das sind unsere ersten drei Kappen. Sie sind ganz gut, aber leider noch nicht aus Europa hergestellt. Wir sind jetzt in Bulgarien mit dem Georgi. Und haben hier eine super Alternative gefunden zu unseren Kappen. Sie sind hergestellt in Bulgarien und aus Baumwolle. Jetzt gehen wir mal schauen, wie das genau produziert wird. Wenn wir die Fabrik, das ist der Hauptmaterial, machen wir einen Kutnikmarker oder Kutnikknife, depending auf der Produkte. Und dann starten wir den Kutnik. Der nächste Prozess nach dem Kutnikkopf ist zu füsen und interlinieren, wenn es etwas zu füsen ist. Wenn es ein Kutnikkopf ist, wenn es ein Kutnikkopf ist. Wir lieben die Kutnikkopf zu machen, bevor es die Kappen ist. Das ermöglicht uns zu machen, denn wenn es ein Kappen ist, wenn es ein Kappen ist, wenn es ein Kappen ist. Es gibt immer einen kleinen Unterschied zwischen dem Kappen. Wir machen den Kappen. Und dann starten wir die erste Phase des Kappen. des Kappen. Wir haben eine Zeit für die Kappen. Für jede Stufe des Kappen. Die Kappen sind vorbereitet. Die Kappen sind vorbereitet. In den Kappen sind 20 bis 50 Jahre. Die Kappen sind vorbereitet. Die Kappen sind vorbereitet. Die Kappen sind vorbereitet. Und am Ende der Kappen ist ein Kappen. Wir bekommen ein Kappen. Aber nicht komplett Kappen. Dann müssen wir die Kappen. Die Kappen sind vorbereitet. Wir müssen alle Kappen, weil es wichtig ist. Dann ist das letzte Kappen, bevor es die Kappen ist. Und das wichtigste Kappen ist, dass die Kappen sind. und die Kappen sind. Die Kappen sind vorbereitet. Die Kappen sind vorbereitet. Als wir die Kappen haben, die Kappen oder die Kappen sind, die Kappen sind. Wir haben eine letzte Kappen. Und wir gehen mit der Kappen. Und das ist alles. Was ist die Kappen? Was ist die Kappen? Was ist die Kappen? Der nächste Kappen sind die Kappen aus der Kappen. Wir arbeiten so. Wir arbeiten. Wir sind nicht weit weit hinterher. Für eine Kappen von Bulgarien oder vielleicht von anderen Landen, nahe mit Bulgarien. But sooner or later it will happen.